Zuerst möchte ich ganz im Allgemeinen zu The Lego Movie sagen, es war ein guter Film, okay? Es war ein wirklich sehr, 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 sehr guter Film. Knapp vor der 8, aber er hat es nicht ganz geschafft aus verschiedenen Gründen, also 8 von 10 Punkten. Nicht ganz, ganz knapp ist er dran vorbeigeschlittert. Ich würde Leuten wirklich unbedingt dazu raten, den Film zu sehen. Er ist von den Machern von Cloudy with a Chance of Meatballs, wo ich zumindest den ersten Film wirklich liebe. Der zweite hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Du merkst, dass es von diesen Autoren kommt. Es ist der gleiche oder zumindest ähnliche Stil. Ich würde sagen, es ist der gleiche Stil. Und ich war der Allereinzige im Kino. Und auch die Vorstellung dann nach mir, da waren nicht unbedingt mehr Leute. Das war das Einser-Kino, da finden ungefähr 350 Leute Platz bei uns. Ich war der Allereinzige. Also, ihr könnt es darauf wetten, dass nicht anscheinend unbedingt viele Leute daran interessiert sind, an diesem Film oder vom Konzept überzeugt sind. Dementsprechend, ich würde wirklich grundsätzlich Leute dazu animieren. Geht's rein. Auch als Erwachsener kann man seinen Spaß damit haben, obwohl das so ein Punkt ist, den ich noch besprechen werde. Grundsätzlich, ich werde vermutlich nie wieder die große Chance haben, über Lego zu reden. Dementsprechend möchte ich sie hier an der Stelle nutzen. Und mein Kommentar wird diesbezüglich nicht unbedingt positiv ausfallen, denn ich bin nicht mehr unbedingt der große Lego-Fan. Und deswegen wollte ich jetzt vornherein schon mal sagen, der Film ist gut. Nicht, dass Leute dann meinen, weil ich jetzt über Lego abschimpfe. Und oh, das ist ja Blasphemie, dass dann Leute herkommen mit, oh, was, der findet dann auch The Lego Movie nicht gut? Wegklick. Und dementsprechend, der Film war gut. Wir kommen dann gleich zur Kritik. Ich habe ein angespanntes Verhältnis mit Lego. Ich habe es als Kind geliebt. Ich hatte zum Teil so ein bisschen älteres Lego-Zeug, das so heute als Klassiker gilt. Diese Space-Monorail-Bahn. Ich weiß nicht, ob sich da Leute noch daran erinnern. Das war dieses Ding, das nie wirklich funktioniert hat. Zumindest bei mir gab es immer irgendwie technische Probleme. Ich weiß auch nicht, was das war. Wie gesagt, so ein Zeug und so ein paar, diese alte UFO-Generation von Lego hatte ich noch mit diesen grünen Windschutzscheiben. Ja, Windschutzscheiben im Weltraum vor allem. Nein, halt diese grünen Verglasungen und alles. Ich weiß nicht, ob Leute dieses Thema noch kennen mit den Alien-Raumschiffen, die grüne Gläser hatten und die guten Raumschiffe, die weiß waren mit blauen Wasser rüber. Vielleicht blende ich Bilder ein. Der Punkt ist, dass ich war damals ein Fan von hauptsächlich Bionicles. Also mich hat es auch getroffen in Sachen, diesem Technik-Kram. Da hatte ich auch so meine Freude dran, wo du dann diese löchrigen Teile mit diesen schwarzen Noppen hattest, die du dann zusammen klicken konntest. Das war super. Hauptsächlich, wenn es um Lego ging, war ich ein Riesenfan von dem Lego-Star-Wars-Zeug. Da hatte ich praktisch alles. Da hatte ich auch diesen riesigen, ich glaube 300-Euro-Sternenzerstörer, der nicht wirklich gut gehalten hat, weil der Punkt war, das war so ein inneres Gerüst. Und diese Platten, diese vier Platten, die hast du letzten Endes nur mit Magneten dran getackert, was eine unglaublich bescheuerte Idee war. Ich habe dann auch so meine eigenen Technik-Verbindungsteile dran gebaut, weil diese Magneten einfach ums Verrecken nicht gehalten haben. Vor allem unten. Ich meine, oben ist klar, da haben sie ja nur draufgelegen. Der Punkt ist, ich war ein Riesen-Lego-Fan und es hat mir sehr gut gefallen und ich mag Lego mittlerweile nicht mehr. Aus zwei verschiedenen Gründen. Und einer dieser Punkte trifft leider so ein bisschen auf den Firmen zu. Ein Punkt ist, dass Lego vom Design her, vor allem, schaut es euch mal, schaut es euch damals ein X-Wing an und schaut es euch heute ein Lego X-Wing an. Und das große Problem ist, dass Lego immer mehr und mehr und mehr komplett fertige Bauteile kreiert, um große Überbrückungen zu überwinden. Ähm, so, was vor allem so, was ich hasse, dieses Bauteil, das ist, das hatten sie auch hier oft mit drin, dieses Bauteil mit diesen, dieser lange Striemen mit diesen Zacken drin, weißt du, dieser Metallträger. Ja, hasse ich das Ding. Das ist wie ein fertiges Revell-Kit. Das hat nichts mehr mit Lego zu tun. Für mich ist das Faszinierende damals an Lego gewesen. Es ist wie der Unterschied zwischen einem großbudgeten Hollywood-Film und einem eventuell so halb fast schon niedrigbudgeten Indie-Film. Ähm, zum Beispiel nehmen wir die alten Star-Wars-Filme. Nehmen wir Star-Wars-Episode 4, wo wirklich das Faszinierende ist, wie Lucas verhältnismäßig wenig Mittel zur Verfügung hatte und dementsprechend die Kreativität walten lassen musste, weißt du. Und, oh, da fliegen jetzt die X-Wings durch den Weltraum und, oh, ist das toll gemacht und das wirkt wirklich wie real und, weißt du, das ist so toll. Aber wenn du dann mit einem 200-Millionen-Budget-Film kommst, dann mäkelst du einfach schon an den kleinen Sachen bereits rum, weil du einfach sagst, hey, das Ding hat 200 Millionen Dollar zur Verfügung. Da erwarte ich verfickte Perfektion bei dem Ding. Und, ähm, das ist halt der große Unterschied, das ist auch mit Lego geworden, auch vor allem mit der Bepreisung. Ähm, die Bepreisung ist komplett irre mittlerweile. Ich würde sagen, die Bepreisung ist praktisch doppelt so teuer, wie es damals in Mark war. Das ist komplett irre. Ähm, der Punkt ist, dass damals war der Charme, es war wie so alte NES-Spiele zu spielen, weißt du. Das Faszinierende daran ist, dass du es wertzuschätzen weißt, dass sie mit diesen limitierten Mitteln so weit kamen. Und, oh, das schaut jetzt fast aus, weißt du. Simon Belmont schaut jetzt wirklich fast aus wie ein Mensch, der seine Peitsche schwingt. Und, weißt du, das ist diese, diese wirklich interessante Form von, ah, das ist so niedlich. Wie diese, wie diese Limitierung versucht, etwas Größeres zu sein. Das hat Lego für mich ausgemacht. Und mittlerweile sind es einfach Fertig-Kits, die du zusammensteckst. Und es saugt. Und ich bin, wie gesagt, auch die Bepreisung ist eine Katastrophe, finde ich persönlich in der heutigen Zeit. Ich bin kein Lego-Fan mehr. Und der Film, vor allem anfangs, vor allem die Stadt, weil sie begeben sich erst durch eine Stadt und dann durch die Western. Und dann sind sie in dieser Wolken-Himmelsstadt und dann sind sie unter Wasser. Was vor allem da wirklich eine optische Opulenz war, das gebe ich zu. Diese Wellen, wie sie die Einzellen mit Lego-Teilen animiert haben. Awesome. Aber wie gesagt, wirklich diese Metall-Stream, diese fertigen und so, ich hasse es wie die Pest. Und deswegen bin kein Fan mehr von Lego. Aber, trotz alledem, auch wenn mir die erste halbe Stunde dieses Films auch optisch und inhaltlich nicht gefallen hat, haben sie dann aber so kleine Dinger gebracht. Kleine und große Dinger. Zum Beispiel, wenn Charaktere schießen mit einer Waffe, dann ist das Mündungsfeuer, diese, ich weiß nicht, ob Leute diese Pflanzen noch kennen. Diese drei, weißt du, du hast, das ist so eine Noppe. Und du hast so drei, so Stäbe, die rausragen. Und da kannst du dann diese Blüten drauf. Das ist, das Mündungsfeuer ist das, aber in glühend orange. Manchmal, wenn Charaktere getroffen werden, nehmen sie auch Zauberstäbe her. Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist überhaupt. Ob sowas in der heutigen Zeit noch hergestellt wird. Also diese Zauberstäbe von damals, die so glühend orange sind. Und auch viele Teile, und das finde ich ist aber auch immer noch schön an Lego. Zum Beispiel das Feuer. Das finde ich klasse, dass sie nie, nie das Feuer umdesignt haben. Sondern gesagt haben, nein, das ist das Lego-Feuer. Und das ist so dermaßen eingebrannt in den Zeitgeist, dass wir das einfach lassen. Und das ist super. Wirklich, wirklich super. Und das waren so diese kleinen optischen Anekdoten, wo ich gesagt habe, klasse, wirklich super. Das erwarte ich mir, wenn ich Lego höre. Und ich finde es so schön, dass einfach Lego an der Stelle auch wirklich, oder ich nehme an, dass zum Teil auch Lego dafür verantwortlich war, auch wirklich hier nochmal Kreativität beweisen konnte. Weil ich, weil es gibt zum Beispiel Lego Cousin, oder wie sie es nennen, also C-U-U-S-O-O, glaube ich, oder vielleicht habe ich es auch, ich glaube, dass es das ist, wo Leute, Minecraft hat zum Beispiel ja schon mal jemand entworfen, oder auch irgendwelche, irgendwelche Weltraum-Satelliten, glaube ich, wurden ja auch schon nachgebaut. Und da können Leute ihre Ideen einreichen. Und Lego sagt dann, okay, das ist so cool, wir übernehmen das jetzt. Ich finde es nur lustig, weil Cousin klingt wie das japanische Cousin, das Scheiße bedeutet. Wie gesagt, ich meine, gut, vielleicht spreche ich es auch nur falsch aus. Cousin. Dementsprechend ist nur so ein kleiner Nebengag von mir. Vielleicht heißt diese Lego-Website auch nicht Cousin. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch vollkommen egal. Ich glaube, Leute wissen eh nicht, von was ich rede. Dementsprechend finde ich es toll, dass Lego hier wirklich großartige Kreativität bewiesen hat und sie auch wirklich von einfach der Filmemacherei her nette Einfälle hat. Und zum Beispiel, wenn sie praktisch rauszoomen, also wenn wir praktisch einen Weitblick haben auf die Szenerie, dann nehmen sie kleinere Lego-Teile her. Zum Beispiel, wenn wir jetzt meinetwegen einen X-Wing haben, dann haben wir natürlich einen ganz normalen X-Wing mit ganz normalen Bauteilen, die sich entsprechend in Relation zu den eigentlichen Charaktermodellen befinden. Aber wenn wir es von weiter weg sehen und da gibt es vor allem so ein paar spezielle Shots, dann sind das so kleine X-Wing. Weißt du, die nur so, die als Flügel dann nur so kleine, so, weißt du, vier auf eins Stäbe haben und so. Super! Das sind wirklich die Dinge, wo ich gesagt habe, klasse! Da hat es Lego-Design-technisch immer noch drauf. Super! Also optisch gelungener Film, sehr viel Kreativität, super! Allgemein war ich grundsätzlich abgeschreckt vom Film, weil ich annahm, dass, und es ist auch zutreffend, zumindest für die erste halbe Stunde, deswegen mir die erste halbe Stunde am wenigsten gefällt, dass es ein sehr unbedarfter Film ist. Der Film ist wirklich sehr, sehr kindisch und versucht auch nicht wirklich gewichtige Szenen zu inszenieren, die irgendeine Form von Drama haben oder eine Form von Inhalt, über den man nachdenken muss oder Situationen, die die Charaktere fordern, sondern es ist einfach kindischer Blödsinn. Und ich habe wirklich befürchtet, dass der gesamte Film so ist. Und ich muss auch sagen, nach einer halben Stunde habe ich auch gesagt, okay, das ist einfach nichts für mich. Der Film ist nett, aber das ist nichts für mich. Aber dann wusste ich nach und nach das alles zu schätzen, vor allem, weil sie grafisch noch mal eben noch eins draufgesetzt haben mit wirklich vielen kreativen, visuellen Ideen, dass sie auch das Setting nach und nach gewechselt haben. Hat wirklich sehr geholfen. Apropos Settingwechsel, ist von der allgemeinen Konzeption her wirklich das, was Wreck-It Ralph hätte sein sollen. Weil Wreck-It Ralph hat ja, oh, wir sind all diese Videospiele und all diese Referenzen und letzten Endes haben sie absolut null Referenzen gehabt und haben dreimal die Videospielwelt gewechselt. Und dann war praktisch 95% des Films Sugar Rush. Das war, Wreck-It Ralph war einfach eine Verarsche, Mann. Das Ding liefert, das ist ein Lego-Film und wie gesagt, vom Humor her, weil es ist zum Teil wirklich unterschwelliger oder nur kurzer Erwachsener-Humor. Du hast zum Beispiel eine legitim verkrüppelte Lego-Figur, was komplett über die Köpfe von Kindern geht. Und das war auch damals bei Cloudy with a Chance of Meatballs so, dass du so ein paar Witze hattest, die komplett über die Köpfe von Kindern hinweg gehen und dann wirklich was für Erwachsene ist. Das ist super. Nein, der Punkt ist, dass ich das dann auch zu schätzen wusste entgegen Wreck-It Ralph, dass du, weißt du, du hast Star Wars, du hast Batman, Superman, einen wirklich, wirklich seltsamen Green Lantern-Witz, wo ich nicht ganz kapiert habe, ob das eine Anspielung darauf war, dass der Green Lantern-Film mit Ryan Reynolds so absolut grauenhaft war. Ich weiß es nicht, es war total seltsam. Und wir haben sogar eine Referenz zu My Little Pony. Sie haben sich dem Namen nicht lizenzieren können. Und ich weiß auch nicht, ob sie es überhaupt versucht haben, aber sie haben My Little Pony mit in diesem Film. Was super ist. Das habe ich nicht... Das ist super, wenn du dich so an Lizenzen auch vorbeimogeln kannst. Das ist klasse. Es ist eindeutig, My Little Pony. Eindeutig. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist super. Kaum redet man über My Little Pony schon, ist man in einer komplett anderen Welt gefangen. Das ist immer klasse. Nein. Ich wollte sagen, die Hauptstory ist einfach... Es ist letzten Endes diese typische unbedarfter Held, der letzten Endes dann in ein Abenteuer gezogen wird. Hier ist mein Punkt, was mir am wenigsten am Film gefallen hat. Und das war der Hauptprotagonist. Er macht letzten Endes überhaupt keine Entwicklung durch. Ich meine, ja gut, er wird der Held am Ende. Whatever. Aber er ist am uninteressantesten. Er macht die wenige Entwicklung durch. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Weil normalerweise läuft eine Geschichte so. Und das ist gut, dass ich den Anime gerade rumliegen habe. Weil den ich mir gerade... Ich bin erst bei Episode 8 oder so. Also mir gefällt er bisher. Eureka 7. Und jetzt scheint gerade... Ja, hier. Eureka 7. Normalerweise läuft diese Art von Geschichte so, dass der Hauptprotagonist grundsätzlich gelangweilt ist von seinem Leben und einsteigen will in dieses Abenteuer. Oder du machst es auf zynischere Art und Weise wie Evangelion, dass der Hauptprotagonist überhaupt nichts mit dieser Geschichte zu tun haben will. Weil hier ist der Hauptprotagonist einfach... Hm, okay, schauen wir mal, was passiert. Und das ist lahm. Das ist wirklich, wirklich lahm. Und das war wirklich für mich so ein bisschen der Brecher. Dass ich nicht wirklich investiert habe in das, was passiert. Weil der Hauptcharakter nicht wirklich drauf reagiert. Ich meine, er macht... Wow, wow, was geht hier los? Oh! Also ich meine, ja, aber ich hätte da ein bisschen gerne mehr gehabt. Und da ist halt das Problem, dass sich das halt konterkariert. Dass, aha, es ist alles lustig und es ist für Kinder. Und wir dürfen das jetzt nicht so anspruchsvoll machen. Ja. Aber, weswegen der Film dann trotzdem gut ist, ist in der zweiten Hälfte wird er sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Das Problem ist, dass ich nichts verraten kann. Weil es ein Riesentwist ist, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Ich kann nur so viel sagen. Es ist wirklich eine schöne Anekdote an das, was Lego mal bedeutet hat. Allgemein und auch für einen selber als Kind. Und was ich auch stark fand war, das ist einer von den Filmen. Und das fand ich so super. Weil das so eine großartige Lektion für Kinder ist. Weißt du, immer bei Filmen, die an Kinder gerichtet sind, bin ich sehr darauf fokussiert, was bringt dieser Film Kindern bei? Und wenn er ihnen nur, weißt du, wenn du sowas hast wie eben Rio 2 oder überhaupt die Blue Sky Filme, abgesehen von Ice Age 1, weil das fand ich war ein wunderschöner Film. Ähm, ich bin immer darauf bedacht, was bringt dieser Film Kindern bei? Und wenn das, wenn, wenn das, oh, yo, yo, dicke, die, yo. Das ist alles cool, yo. Weißt du, und ich meine, wenn das der einzige Inhalt ist, dann fuck off, man. Ähm, das finde ich persönlich sowas, dann, dann, muss ich sagen, dann, Leute, macht's Transformers 2. Aber richtet so eine Scheiße nicht an Kleinkinder, okay? Weil das ist Bullshit. Und ich fand es so schön, dass das einer von diesen Filmen war, wo nicht am Ende dann kommt, oh, yo, Leute, wir haben den Hauptprotagonisten vollends auf die Umme gegeben und jetzt ist alles wieder super, sondern das wirklich. Und Leute, die meine Naruto-Kritik gesehen haben, wo dann der Hauptprotagonist letzten Endes den Oberbösewicht Pain dadurch besiegt, dass sie einen Dialog haben und wirklich argumentativ Punkte gebracht werden, die gegen die Weltanschauung des Antagonisten sprechen, wissen, Leute, die das gesehen haben, wissen, oder werden wissen, dass ich ein Riesenfan von dem Ende dieses Films bin, wo auch der Antagonist sich bekehren lässt durch einen Dialog mit dem Protagonisten. Und wirklich gezeigt wird, wie gesagt, die Lösung liegt nicht darin, irgendwie, oh, wir lösen das jetzt mit Gewalt, wir lösen das jetzt mit was, Krach, Bumm, Action, Ende und haha, jetzt ist der Bösewicht besiegt, Juppdi-Fucking-Doo, sondern, hey, vielleicht sollten wir das ausdiskutieren und irgendwo an doch diese, diesen, diesen inneren Punkt an Gemeinsamkeit appellieren, den wir doch alle in uns tragen und das war fucking awesome. Und, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel vom Ende vorweg geben, das Einzige, was den Film letzten Endes davon abgehalten hat, weil sie haben auch so schöne Referenzen, sie haben da diesen, diesen 80er Jahre Lego-Astronauten, der, der so viele Ideen hat und ha, Leute, lasst uns ein Raumschiff bauen und keiner ist interessiert an seinen altmodischen Designs und dann am Ende kommt er doch dazu, sein blödes Raumschiff zu bauen und das, yes, das ist so super, dieses Thema, auch diese vielen Themen durchzuziehen durch den Film, das ist super. Sie hätten ein bisschen mehr aus Liam Neesons Bad Cop machen sollen, weil der Typ war auch super. Der einzige Grund, warum so ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack übrig bleibt, zumindest für mich, ist das, es ist letzten Endes irgendwo ein bisschen länder am Ende. Weil, so am Ende dann so, oh, schau, wie toll das doch und mein Gott, wie super das doch alles ist und man so weiß, Kreativität und Individualität und es ist ein bisschen zu viel. Ich finde, es ist ein klein bisschen zu viel, weil es artet ein bisschen in Propaganda aus, so am Ende. Weißt du, oh, schau, wie relevant doch immer noch Lego ist und uh, es hat so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack. Aber, sehr, sehr, sehr guter Film. Das, was Wreck-It Ralph hätte sein sollen. Wirklich klasse, wie gesagt, erneut, ich würde es Leuten empfehlen, der Film kriegt sieben von zehn Punkten. Es ist wirklich schade, er war unglaublich nah an der Acht dran. Aber, es geht einfach nicht. Wie gesagt, er versagt am Anfang zu sehr. Es ist einfach, wie gesagt, eine simple Abenteuer-Story und die Witze zünden nicht wirklich und es ist schade. Es ist wirklich schade, weil, der Film ist einfach gut. Es ist ein sehr guter Film, aber auch nicht mehr am Ende. Aber er kann einen berühren und er, wie gesagt, er ist gut geschrieben, er ist gut gemacht. Dementsprechend, bitte schaut euch den Film an und ich hoffe, dass ich euch irgendwie weiterhelfen konnte mit der Kritik, whatever. Dementsprechend, man sieht sich zur nächsten Kritik, die, ja, Divergent sein wird. Dann haben die,